So, willkommen zu einer neuen Folge Max Out Monday. Eine neue Folge Pokémon Go auf meinem Kanal RamsesdeDicke. Eine neue Folge Max Out Monday, wie auch immer hin und her. Es ist Halloween. Ist Halloween? Ja, heute ist der 31. Steht zumindest hier drüben am Rechner. Und, was sitzt denn da Feines? Ein Tauros, guckt euch das an. Wer es immer noch nicht begriffen hat, warum sitzt da ein Tauros? Weil ich gerade Tauros als Buddy hab. Das ist das hier. Das bewegt sich nämlich. Das läuft auf der Map rum, weil es mein Buddy ist. Und hier sitzt ein Tauros. Und wir wissen alle genau, in Deutschland gibt es kein Tauros. Das ist ein regionales Pokémon. Wenn ich dieses Tauros jetzt, was ich als mein Buddy-Tan fange. Die Sau. Wenn ich das jetzt also fange. Mehr schlechter als recht. Dann ist das natürlich ein Zorua. Damit ihr das auch nochmal auf Kamera habt, wie das aussieht. Wenn sich das umwandelt, zeigen wir euch das hier. Oh, ich bin Tauros. Gleich nicht mehr. Ich bin zur Ruhe. Und das sind die letzten Momente. Wohl dann auch vom Halloween-Event. Alles bis zum Ersten. Dann kamen ja natürlich noch die Giratinas mit Schemenkraft raiden. Ihr habt diese super Event-Spawns von allem Zeugs. Zur Ruhe ist auch da bis zum Ersten. Habt ihr schon zur Ruhe gefangen? Ja, nein, weil Halloween-Event ist, möchte ich jetzt was Kleines machen. Bevor wir mit der eigentlichen Max-Out-Monday-Folge anfangen. Und zwar gehen wir mal vier Sterne und zur Ruhe ein. Haben hier einen zur Ruhe mit 100% 29.10. der Chemnitz-Sachsen. Ich habe natürlich keine XL-Bombombs. Ich sage ja immer Max-Out-Monday. Ich bestimme ein Titel-Pokémon. Ich maxe das auf Level 50, wenn ich 100% davon habe und genügend XL. Plus fünf Vorschläge von der Community. Bei zur Ruhe möchte ich heute was anderes machen. Und zwar, ich habe es noch nicht mal entwickelt. Ich werde es jetzt hier mal entwickeln. Und ich werde es zumindest mal auf Level 40 ziehen. einfach, weil es halt gerade ein aktuelles Thema ist. Ich habe die ganze Zeit und, naja. Ich habe schon wieder Leute gehört, die gesagt haben, ja, mach mal hier Montag, mach mal hier zur Ruhe auf 50. Los, mach mal hier. Bruder, woher soll man bitte die XL nehmen dafür? Ich habe 20 XL-Bombombs. Habt ihr mehr? Okay, vielleicht. Ich habe einfach 20 Stück. Wir machen jetzt einen Power-Up von zur Ruhe auf Level 40. Wir lassen das wirklich genau so, wie es ist. 2.571. Hm, da kann das was in GBL. 24, 98. Ach, egal. Wir spielen eh so selten GBL. Wir machen das jetzt einfach hier auf 2.571. Wir können aber mal kurz gucken, wie hoch das kommen würde. Auf 2.900. Jetzt haben wir ein Zorro-Arc 100%. Zack. Das packen wir ins Thumbnail. Aber das ist nicht mein Titel-Pokémon. Mein Titel-Pokémon ist nämlich ein anderes. Und zwar, immer noch Halloween-Event-mäßig, haben wir vier Sterne. Übrigens, die, die hier alle rumsitzen, sind auch jetzt von heute früh. Eins war aus dem Abenteuerrauch. Die anderen sind auch alle so. Ihr seht, weil manche gesagt haben, sie finden keins, sie finden keins. Eine Runde durch Hildburghausen gibt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, das andere war, das andere war ja ein Giratina. Ne, es sind ja 8. 8 zur Ruhe. Und das innerhalb von 15 Minuten. Die spawnen wirklich mega oft, mega häufig. Also wer das sagt, er findet gar keins. Kann ich nicht nachvollziehen. Vier Sterne. Kommen wir zum Titel-Pokémon. Vier Sterne und Galar. Und haben hier ein Galar Makabaya. Ich finde das immer noch sehr genial, denn das gab es nicht wild. Ihr konntet das nicht irgendwie gezielt suchen. Ihr musstet wirklich Glück haben, entweder beim Raiden oder beim Brüden oder aus der Feldforschung. Das habe ich aus der Forschung bekommen, aus der 1-Euro-Forschung, die man kaufen konnte. Das möchte ich jetzt auch entwickeln. Ich habe dafür extra das letzten Satz Buddy genommen bei der Raidmania, damit wir 10 Raids gewinnen mit dem als Buddy an der Seite, um es entwickeln zu können. Das möchte ich jetzt machen und möchte das als Titel-Pokémon heute maxen auf Level 50. 100% Galar Ognatol. Einfach einmal so, einmal so. Kommt auf 2.570. Da habe ich auch den Level 50 Tag nicht vergessen. Der kommt noch hier dran. Das können wir auch nochmal bewähren. Zack, kurz mal so gezeigt. 100% Level 50 Galar Ognatol. Das ist wahrscheinlich eines der seltensten. Hunderter in meiner Sammlung, weil ihr die halt wirklich einfach nur durch Zufall bekommen könnt. Jetzt kommen wir aber zu euren Pokémon, zu euren Vorschlägen, die ihr gemacht habt. Unter das letzte Max Out Monday Video. Wir gehen mal auf neueste zuerst. Schauen uns mal an hier. Der Pupk Mobile Apex Player Underground Stings Battle Gamer ist erster gut. Weltenbummler sagt Ambi Diffel. Geht Ambi Diffel. Wir gehen mal rein. Amp, zack, Ambi Diffel. Geht. Habe ich noch gar nicht gemacht. Okay. Der erste Vorschlag von euch sitzt. 100% Ambi Diffel auf Level 50. Machen wir auch hier den Level 50 Tag dran. Das können wir wegmachen. Sind noch vier Schläge von euch übrig. 2.733. Nico Maurice Torz. Heute wird vielleicht Snibuna. Gucken wir mal nach Snibuna. Jetzt habe ich das unwiederweck gemacht. S-N-I. Snibel. Snibuna. Snibuna ist auf Level 50 mit 3.397. Nick. Toheido bleibt mein Vorschlag. Grüße. Toheido, Toheido, Toheido. Toheido. Haben wir? Können wir nicht machen. Haben nicht genügend XL. Wir brauchen 296. Wir könnten noch 51 umwandeln. Reicht aber trotzdem nicht. Nick. Also später nochmal probieren. Jetzt haben wir hier. Sutsuku schreibt Grobat. Oder beziehungsweise X-Bat. Ich weiß, was ist denn ein Grobat? Geben wir X-Bat ein. X-Bat. Wir haben hier X-Bat. 100%. Ist schon auf Level 50. Wir können das hier hinten wegmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Also 2992 X-Bat. Auf Level 50. Dann haben wir Plankton. Sagt Giratina. Bruder Lander. Bruder Lander haben wir auf Level 5. Warte mal. Wir müssen mal nach WP sortieren. Haben wir hier Level 50. 100% Shiny. In Glücks. Ist also schon gemaxt. Auf 50. Immer noch vom Seeday damals. Giratina. Girere. Haben wir auch. Level 50. 100% Shiny. Glücks. Ja. Haben aber auch das mit den Beinen. Auf 50. Und wenn Giratina irgendwann weg ist. Habe ich bestimmt genügend XL. Um auch dieses 100er. Auch noch auf 50 zu ziehen. Also haben wir schon gemacht. Braucht man nicht machen. Kommen zu Schenaya. Meine Vorschläge. Kangama. Pinziapachi. Pachirisu. 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 Habe ich 124 XL. Wird nix. Pinsir. Pinsir würde gehen. Aber. Vor allem Pissnir. Das hat ja noch keine Megaentwicklung. Was schon seine Megaentwicklung hatte. Womit ich die ganze Zeit gelaufen bin. Damit ich es endlich irgendwann mal hochziehen kann. Ist Kangama. Und ich würde sagen. Damit ich endlich alle aktuellen Mega-Pokémon. Die es im Spiel gibt. In 100%. Auf Level 50. Mit Best-Buddy Schleife habe. Machen wir endlich das Kangama fertig. Ziehen das hier hoch. Auf 2924. Endlich das auch fertig. Ich bin auch jetzt die ganze Zeit mit Skaraborn gelaufen. Dass irgendwann mit Mega-Skaraborn reinkommen. Wir das auch auf 50 ziehen können. Megaentwicklung würde jetzt auf 4300 kommen. Das klingt auf jeden Fall gut. Das sieht gut aus. Das ist immer noch Big Mama. Dankeschön, Genaya. Dass ich endlich die Megas fertig machen konnte. Wenn ich jetzt Mega 3 eingebe. Habe ich alle Mega-Pokémon. Auf Stufe 3 Mega. Mit 100%. Level 50. Best-Buddy Batch. Und das ist meine Sammlung. Die ich mir zugelegt habe. Deswegen freue ich mich immer wieder. Wenn es ein neues Mega-Pokémon gibt. Das als Hunderter dann zu entwickeln. Auf 50 zu ziehen. Auf Stufe 3 zu bringen. Und eine Best-Buddy Schleife ranzumachen. So, Big Mama. Gut, weiter geht's. Also das heißt, Genaya könnte natürlich Pissen hier nochmal vorschlagen. Äh, Pinsir. Zwei von euch waren das jetzt. Fehlen noch drei. Oli. Mein Vorschlag. Pandimos. Könntest du ansonsten einen Shiny Evoli in Evoli umbenennen? Gucken wir mal kurz nach Pandimos. Pantimos. Pandimos. Ist schon auf 50. Er will ein Evoli. Ein Evoli Shiny. Hm. Wir haben hier ein Hunderter Evoli. Können wir nicht das einfach umbenennen? Weil das ist auch auf 50 gepusht. Das wäre doch richtig genial. Wie soll ich es nennen? Evoli. Aha. Ich gebe dir nicht ein Shiny. Ich gebe dir dieses Besondere. Muss aber klein schreiben. Evoli. Guck mal. Sieht doch viel besser aus, oder? Ein Evoli. 100%. Level 50. Einfach so hochgezogen. Irgendwann. 2019. Shiny gibt's nicht. So sind wir wenigstens trotzdem bei vier Sterne geblieben. Die ich jetzt aber auch wieder eingeben muss. Wir brauchen trotzdem immer noch. Vier Sterne und. Ein Dollar. Und. Das ist das Unzeichen hin. Und. Hier. Und. Vier Sterne und. Wir brauchen immer noch drei Vorschläge. Adi H sagt Bruder Lander. Haben wir euch ja gerade gezeigt. Bruder Lander. Ist schon fertig. Wenn die Vorschläge ausgehen. Und wir wieder von unten anfangen müssen. Wäre Bruder Lander aber was. Was ich machen muss. Weil ich ja genügend XL hab. Und muss halt dann zweites hochziehen oder so. Diese Woche schlage ich neben Ausdoss. Auch mal Tromborg vor. Ausdoss und Tromborg. Ausdoss. Ah. Keine XL. Tromborg. Tromborg. Auch. Ist schon auf Level 50. Mit 2800. Insta-Bowl. Dann haben wir Alan Gramann. Hisui Wasakwil. Kann ich gleich sagen. Habe ich kein 100er. Als der Raid Day war. War mein Account gesperrt. Ähm. Jetzt ist er zurück. Ich habe mir ein Shiny rüber getauscht. Weil ich mit dem Kleiner geradet habe. Ich habe kein 100er. Kann ich also nicht machen. Normales Wasakwil wäre gegangen. Steht aber Hisui da. Also geht natürlich nicht. Balou. Makabaya. Ach. Makabaya. Kando. Wohl Nona. Oder Glücks 100%. Makabaya. Ist ja dann also. Moment. Ich mache mal Entwicklung. Haben wir denn das normale Echner Toll schon? Weil das war ja meins. Wir haben hier noch das. Aber ich sehe. Doch. Wir können. Wir können. Wollen wir das machen? Nein. Das machen wir nicht. Das ist ein Vorschlag. Den man bringen kann. Wenn wir nicht das gleiche schon mal haben. Wir haben ja schon einen. Obwohl. Ogna Toll ist ja ein anderes Pokémon als Echner Toll. Also müssen wir es ja irgendwie doch machen. Jetzt muss ich aber Bonbons umwandeln. Wir haben 238. Das heißt. Wir brauchen. 60. Wandeln mal um. Junge. Wie wandle ich hier Bonbons um? Auf. Bonbons. InXL. 60. Gehen wir 60 her. Da habe ich noch was übrig. Genau. So. Eintauschen. 60. Am 298. Können jetzt Power-Up machen. Auf 2570. So. Die Galar-Version. Und die normale Version. Das sind. Zwei unterschiedliche Pokémon. Ja. Das kann man schon so annehmen. Es sieht ja auch ein bisschen anders aus. Es hat sogar einen anderen Namen. Also 2570. Bei diesem Echner Toll. Und komme damit genau. Auf das gleiche wie das Ogner Toll. Und sieht verdammt gut aus. So bin ich drum rum gekommen. Ein Glücks 100% zu pushen. Irgendein Random. Kannst du aber gerne nochmal vorschlagen. Oder nochmal kann du wohl Nona. Kevin Pohl. Ich glaube wir brauchen immer noch. Zwei Vorschläge. Oder? Ach ich weiß es nicht. Kevin grüße. Ich schlage einen Krypto 100er vor. Und Tantrak. Gucke ich lieber erstmal nach Tantrak. Tantrak. Haben wir schon. So. Krypto 100er. Da hat es wieder leicht gemacht. Krypto 100er. Da haben wir hier. Haben wir auf 50. 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 50. Das haben wir nicht auf 50. Quapo. Power. 360. Habe ich das für irgendwas genommen? Ich glaube schon. Ach wir pushen es einfach mal hoch. 2923. 100% Quapo. In Krypto. Auf Level 50. Ich habe dem sogar eine andere Attacke beigebracht. Ich glaube den habe ich wieder irgendwo. GBL mäßig für irgendwas benutzt. Oder zum trainieren. Oder für irgendwas anderes. Also Kevin Pohl bekommt sein 100% Krypto. Quapo. Um die Ohren gesammelt. Mit 2923. Eins ist glaube ich noch übrig. Scheinux. Ich wünsche mir das Lucky Bruder Landa. Eigentlich. Aber das stand es schon in den Kommis. Daher wünsche ich mir jetzt ein 4 Sterne Krypto. Ach siehste Bruder Landa. Ist ja schon gemaxed. Haben wir gesehen. Doppelte nur. Wenn es keine anderen Vorschläge gibt. 4 Sterne Krypto. Haben wir ja schon gehabt jetzt. Also Scheinux ist auch befriedigt. Zu viel Staub. 2x Max Krypto. Ja. Haben wir in dem letzten gemacht. Wir haben SDR. Vorschläge. Ditto. Magma. Elektek. Kyurem. Glaubst du man wird irgendwann nochmal eine Chance bekommen. Ein Krypto Mewtwo zu bekommen. Vielleicht. Wir gucken mal nach Ditto. Und Kyurem. Erst nach Kyurem. Zum Flexen. So. Kyurem. Oh. Ist ja schon auf 100% Level 50. Aus Hassloch. Ditto. Wie sieht es aus mit Ditto. 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 Ist nicht. Auf 50. Und. Reichen die Bonbons auch nicht. Armes Ditto. Es wäre so. Das müsste eigentlich auch mal ein Titel Pokémon werden. Magma und Elektek. Äh. Naja. Ihr wisst ja wie es läuft. Magmar. Du nimmst natürlich die Endentwicklung. Magbrandt ist auf 50. Und bei Elektek werden wir wahrscheinlich dasselbe auch haben. Ele Voltec ist auch auf 50. Zählt also auch nicht. Wir haben Jochen. Schluckweg und Flunschlik. Gucken wir nochmal rein. Schluck. Schluckweg. Ist auf 50. 2200. Flunschlik hat er noch gesagt. Flunschlik. Haben wir hier. Ist auf 50. Ja. Und das hat er nicht genannt. Nur das Normale. Also können wir das ruhig weglassen. Genial. Oder? So mache ich das. Die anderen schreiben ja immer dazu. Kando oder so. Also gehen wir mal zum Benjamin Engel. Dann schlage ich nochmal Tropius vor. Weiß ich jetzt schon. Tromborg hat er auch geschrieben. Schlage ich auch Tromborg vor zum Hexen. Tromborg ist ja schon. Tropius habe ich keine XL. Alexander Ahringer. Hunderter Glücksbruder Lander. Haben wir schon. Laurin Zobler. Mauzi. Dürften wir auch haben. Snobilikat. Snobilikat. Ah. Also Mauzi. Ne. Ist Snobilikat. Haben wir auch schon. Wenn man natürlich jetzt Alola Mauzi gesagt hätte. Hätte ich nach Alolas Snobilikat geschaut. Lel Lel sagt. Faser Nob. Oder Serapendra. 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 Hammer auf 50. Faser Nob. Hammer auf 50. Miku. Meine Vorschläge wären. Galamakabaya. Titel Pokémon. Seesurio Magna Yen Hydrogil Modervil. Also wenn da jetzt nichts dabei ist. Seesurio. Habe ich glaube ich kein. Hunderter. Genau. Habe ich kein Hunderter. Aber. Magna Yen. 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 Klein und unschuldig. Liegt es hier im Beutel. Wartet darauf. Endlich gemaxt zu werden. Magna Yen. Mit 2177. Jetzt auch hier mit. Level 50. Tag. Und das ist das letzte Pokémon. Ja. Grüße. Natürlich dann noch an Kai. Und an den SMG2 Raid God. Bam. Die haben es leider nicht mehr reingeschafft. Der Rest wurde vorgelesen. Ihr seht. Vieles ist doppelt. Vieles ist dreifach. Vieles geht nicht. Vieles ist noch möglich. Aber halt als Zweitvorschlag. Deswegen. Wenn wir jetzt durch gewesen wären. Und hätten immer noch Sachen übrig gehabt. Hätte ich natürlich Doppeltnennungen auch machen müssen. Ja. Dann hätte ich gesagt. Okay. Pass auf. Jetzt. Wenn wir das haben. Mach mal halt das noch. Fertig. So. Damit wir irgendwann die ganzen Familienmexen machen. Oder so. Deswegen. Schlagt weiterhin vor. Macht weiterhin Vorschläge. Das war es. An sich. Von meiner Seite aus. Ich hoffe irgendwann. Dass das Prinzip. Mal verstanden. Würde ich sie immer wieder. Kommentare. Die gar keinen Sinn machen. Die machen einfach keinen Sinn. Aber die Leute schlagen das trotzdem vor. Weil sie das Konzept immer noch nicht verstehen. Wenn ich ein 100% habe. Von dem Pokémon. Und genügend XL. Dann max ich das. Und ich maxe natürlich die Endentwicklungen. Erstmal. Bevor man an die Vorstufen geht. Und wenn man irgendwann keine Vorschläge mehr hat. Muss man auch Vorstufen maxen. Weil das ist das einzigste was dann übrig bleibt. Aber ich möchte natürlich erstmal die Endentwicklungen alle auf 50 haben. Irgendwann. So weit wie es geht. Dass wir einmal damit durch sind. Bisher immer noch. Louis auf Platz 1 mit 5010. Tick Sakura Jochen. Ihr seht ja das in meine Topo geworden. So ungefähr. Alle mit 100%. Viele Legendäre dabei. Viele richtig gut starke. Geniale Legendäre. Auch manche hier mit Lucky. Natürlich Glück gehabt beim Tauschen. Ansonsten würde ich sagen. War es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao. Und schreibt Kommentare unter das Video. Was ich nächsten Montag maxen soll. Gebt nicht auf. Wenn ihr nicht dran wart. Probiert es nochmal. Aber guckt euch doch wenigstens auch mal ein Video an. Es gibt dann wieder Leute. Die schreiben drunter. Ey kannst du mal einen Tromburg maxen? Und dann weiß ich genau. Die haben das Video einfach nicht geguckt. Sonst hätten sie gesehen. Dass das schon 10 Leute vorgeschlagen haben. Uns schon gemaxt ist. Aber sie schlagen es trotzdem wieder vor. Und dann gibt es die Leute. Die genau jetzt schreiben. Ey max doch mal Tromburg. Einfach nur um zu triggern. So. Die gibt es auch. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Ich binherfüh Sich. Und lasst den Hacken. Ich binherfühlo christ. Ich binherführo. Es gibt es ça. So.